Jesaja Kapitel 27 Vers 1 An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert heimsuchen, den Leviathan, die flüchtige Schlange, und den Leviathan, die gewundene Schlange und wird das Ungeheuer erschlagen, das im Meer ist. An jenem Tag, das knüpft an an das, was wir vorher gelesen haben, die Kapitel, die wir vorher gelesen haben. Es geht um diese Zeit, die kommen wird. Und wir haben es auch im Gebet uns vor Augen geführt. Der Heilige Geist hat uns bewegt und uns erinnert daran, dass die Friedensherrschaft Gottes in Jesus Christus begonnen hat in unseren Herzen. Aber das allein ist nicht das, was Gott im Sinn hat. Es geht ihm nicht nur um dich und mich persönlich heute, sondern es geht ihm um seine ganze Welt. Wie wir gesungen haben, er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde. Und sein Blick ist gleichzeitig voll und ganz auf dich persönlich gerichtet. Du persönlich bist ihm wichtig. Du persönlich bist ihm wertvoll. So wichtig und wertvoll, dass er, um dich zu erlösen, seinen heiligen, gerechten Sohn, Jesus Christus, Jesus, der der Christus, der der Messias ist, der König der Könige. Er hat ihn auf diese Erde gesandt. Er ist Mensch geworden, so wie du. Er hat dieses Leben gelebt und ist in den Tod gegangen, obwohl er an ihm keine Sünde war. Für dich hat er das getan, um dir die Sünde abzunehmen, um dich zu reinigen, um dich gerecht und heilig zu machen. Sodass du ein Kind Gottes werden darfst. Und er hat dich mit seinem Geist erfüllt. All das zeigt dir, wie wertvoll und wichtig du für ihn bist. Und wenn es irgendetwas gibt in deinen Gedanken, in deinem Herzen, was dem widerspricht, dann lass es dir ins Herz gesagt sein. Ja, Jesus ist dein Retter. Dein Friedefürst. Gott ist dein Gott. So sehr hat er dich persönlich geliebt, dass er seinen Sohn für dich gegeben hat. Jesus hat dich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Um dich in die ewige Liebesgemeinschaft mit dem Vater hineinzuführen. Du sollst in Ewigkeit sein Kind sein. Du sollst in Ewigkeit seinen Frieden haben im Herzen. Du sollst in Ewigkeit seine Freude genießen. Du sollst in Ewigkeit in Gemeinschaft mit dem heiligen, gerechten Gott leben. Das ist deine Bestimmung. Das ist dein Sinn. Und wenn du es empfangen hast, lass es dir nicht rauben, lass es dir nicht nehmen. Wenn du es noch nicht empfangen hast, heute ist der Tag, wo du Gnade empfangen darfst. Und in diese Liebesgemeinschaft mit deinem Schöpfer, mit deinem Gott eintreten darfst. Wo du Rettung und Heil erfahren darfst. Aber Gott spricht hier von einem Tag, der noch kommt. An jenem Tag. Es gibt den Tag des Heils für dich persönlich. Es gibt den Tag des Heils, wo dein Heil seinen Ursprung genommen hat. An dem Tag, als Jesus Christus für dich gestorben ist. Und an dem Tag, wo er auferstanden ist und den Tod überwunden hat für dich. Aber es gibt auch diesen Tag des Heils in deinem persönlichen Leben, wo das Wirklichkeit geworden ist in dir, wo du neues Leben empfangen hast. Aber es gibt noch einen Tag, der kommt, wo sich das verwirklicht, wovon das Wort Gottes spricht. Ja, er ist nicht nur der Friedefürst für den Einzelnen, sondern für die ganze Welt. Der König, der Könige, der Herr, der Herren. Dieser Tag kommt noch. Er ist noch nicht eingetreten. Und das spüren wir, das merken wir alle. Weil wir Sehnsucht haben. Weil wir diese Welt mit offenen Augen betrachten und sehen. Ja, er regiert noch nicht. In der Weise, wie seine Herrschaft in unseren Herzen schon begonnen hat. An jenem Tag. Das ist der Tag, wenn Jesus wiederkommt. Davon hat er selber gesprochen. Und auch die Engel, als sie erschienen sind, den Jüngern Apostelgeschichte 1. Sie waren mit Jesus auf dem Ölberg. Und dann ist Jesus vor ihren Augen in den Himmel aufgenommen worden. Ich weiß nicht, wie das aussah, was da passiert ist. Keine Ahnung, wie man sich das vorstellen soll. Aber irgendwie in die Wolken hinein. Und die Engel, die dann da standen, sagten zu den Jüngern, was schaut ihr nach oben, ihm hinterher? Und dann haben die Engel was ganz Wichtiges gesagt. Dieser Jesus wird so wiederkommen. Er wird so wiederkommen. Wisst ihr, und das ist so ein spaciger Gedanke. Das ist so irreal. Und das glaubt kein Mensch. Aber es ist so. Das ist das, was er gesagt hat. Das ist dasselbe Wort, was er gesagt hat. Er hat auch gesagt, sie werden mich. Sie werden mich auspeitschen. Sie werden mich verurteilen zum Tode. Sie werden mich hinrichten am Kreuz. Das hat er auch seinen Jüngern gesagt. Und die Jünger haben auch gesagt, du spinnst, Jesus. Ein gerechter Mensch wie du. Warum soll dir das passieren? Das passiere bloß nicht. Es ist passiert. Er hat aber auch gesagt, am dritten Tag werde ich auferstehen. Auch das hat er gesagt. Und die Jünger haben es nicht geglaubt. Sie haben keine Ahnung gehabt, was das bedeuten soll, wie sie sich das vorzustellen haben. Und nachdem Jesus gestorben war, waren sie verzweifelt, obwohl er ihnen gesagt hat, ja, ich werde am dritten Tag auferstehen. Sie haben es nicht begriffen. Sie haben es nicht ergriffen, was er gesagt hat. Und doch ist es geschehen. Die Jünger sind Zeugen dafür. Sie haben für das, was sie da erlebt, erfahren haben, für das, was geschehen ist, haben sie ihr Leben gegeben, um das zu bezeugen. Und ja, auch dieses Wort wird Wahrheit werden. Wir werden es sehen. Wir werden es erleben. Er wird wiederkommen. An jenem Tag, sagt Gott durch Jesaja, An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten, großen und starken Schwert heimsuchen, den Leviathan. Was ist hier mit gemeint, mit dem Leviathan? Ein etwas geheimnisvolles Wort, ein geheimnisvoller Name. Wir lesen nicht so viel davon. Wir finden dieses Wort im Buch Hiob. Dort wird lang und breit beschrieben, eine sehr mächtige, gewaltige Kreatur. Gott selbst beschreibt dem Hiob diese Kreatur. Und sie wird sehr genau beschrieben, mit allen möglichen Eigenschaften wird sie uns vorgestellt. Und es gibt in den Auslegungen sehr unterschiedliche Arten und Weisen, das auszulegen. Für unseren Kontext ist es hier aber gar nicht mal so wichtig, was das jetzt für ein Wesen gewesen sein mag, was damit gemeint ist. Wichtig ist für uns zu wissen, okay, es ist ein gewaltiges Tier, eine gewaltige Kreatur, eine mächtige, übermächtige, für den Menschen übermächtige Kreatur. Keine Chance. Angst und Schrecken verbreitet sie. Nicht beherrschbar für den Menschen. Ein Ungeheuer, eine Schlange. Und da kommen wir dann in die Nähe dessen, worum es hier eigentlich geht. Gott ist jetzt hier, wenn hier von dem Ende der Zeiten die Rede ist, von dem Tag, wo der Herr diese Schlange heimsucht. Es gibt auch da unterschiedliche Auslegungen. Manche sehen darin, die das Gericht über eine große Welt macht, die vielleicht in irgendeiner Beziehung zum Meer steht. Und ja, das kann sein, dass das damit zusammenhängt. Die griechische Übersetzung, die Septuaginta, setzt an die Stelle, wo von dem Leviathan, beziehungsweise von dem Ungeheuer die Rede ist, das Wort Dracon, Drache. Und das finden wir dann, diese Kombination von der Schlange und von dem Drachen finden wir dann in Offenbarung 12, das haben wir vor zwei Wochen gelesen. Die alte Schlange, der Drache, der Satan, der Teufel. Ja, dieser Mächtige, der für uns Menschen übermächtig ist, dem wir nicht Paroli bieten können, der uns um den Finger wickelt, der uns, ja, und der am Ende nur eins im Sinn hat, nämlich zu zerstören, zu vernichten, in den Untergang zu ziehen. Wir werden noch sehen, warum er das im Sinn hat. Aber hier ist jetzt erstmal davon die Rede, dass der Herr an jenem Tag mit hartem, großen, starken Schwert heimsuchen wird. Und ich musste denken an diesen Tag, wie er beschrieben wird in der Offenbarung. Wenn Jesus sichtbar auf die Erde wiederkommt, in der Offenbarung, Kapitel 19, Vers 15. Dort wird Jesus geschildert, dieser Tag, wo er aus dem Himmel herabkommt. Und ich lese mal ab Vers 11 von Kapitel 19, Offenbarung. Das letzte Buch der Bibel. Und Johannes, der Jünger Jesus, sagt, ich sah den Himmel geöffnet. Der Himmel ist für uns verborgen. Für unsere natürlichen Augen ist der Himmel, und damit ist nicht der blaue Himmel gemeint, sondern die himmlische Realität, in der Gott regiert, in der Gott gegenwärtig ist, in der Gott auf dem Thron sitzt. Diese himmlische Realität ist verschlossen für unsere Augen. Aber hier ist sie, Johannes, sieht er sie geöffnet. Diese Realität, die für uns in dieser Zeit verborgen ist, wird geöffnet sein, sichtbar für alle. Die geistliche Realität, die geistliche Welt wird sichtbar sein. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe, ein weißes Pferd, und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig und errichtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Nicht wie in unseren Tagen, Krieg in Ungerechtigkeit geführt wird, sondern in Gerechtigkeit. Denn er heißt treu und wahrhaftig. In ihm ist keine Lüge. Die Herrscher dieser Welt, da ist so viel Lüge, oder? So viel Verdrehung, so viel Propaganda nennen wir das dann. Schön eingepackt. Was kannst du überhaupt noch glauben? Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Es wird immer unübersichtlicher. Aber er heißt treu und wahrhaftig. Seine Augen aber sind eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Johannes sieht hier und hört hier und hat einen Eindruck von dieser Realität, von dem, was da kommen wird. Und bei ihm muss es Klick gemacht haben und wir wissen nicht genau in welcher Reihenfolge jetzt die Schriften alle entstanden sind, aber wir sehen im Johannes-Evangelium, dass Johannes hier dran anschließt und sagt, ja, er ist das Wort Gottes, Jesus, das Wort ist Fleisch geworden. Er ist das Wort Gottes. Das heißt, der Zuspruch Gottes und gleichzeitig der Anspruch Gottes. Er ist der Gedanke Gottes. Er ist so eng mit Gott verbunden, dass er sozusagen das, das, was Gott Gottes ist. Er verkörpert das. Und ja, das Wort Gottes hat auch Kraft. Es ist dieses Schöpferwort, was alles in sein gerufen hat. Durch sein Wort ist aus dem Nichts alles entstanden. Und diese Macht des Wortes, er ist das. Und dann steht in Vers 14, und die Truppen, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißem Pferd, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Die Truppen im Himmel. Geschwister, das sind wir. Wenn du darüber studieren willst, kannst du das mal selber machen. Mach das mal. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlägt. Und er wird sie hüten mit eisernem Stab und ertritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes, des Allmächtigen. Hier sehen wir das scharfe Schwert und dieses Wort Schwert hier im Griechischen ist ein langes Schwert. Langes, großes Schwert. Das, wovon Jesaja spricht. Das Schwert, was aus seinem Munde geht. Wir kommen noch zu dieser Stelle hier in Offenbarung zurück, aber ich möchte auch noch mal kurz eingehen auf die Stellen, wo von dem Schwert die Rede ist. In Offenbarung 1, Vers 16 sieht Johannes Jesus schon auf diese Art und Weise. Und auch dort in der Beschreibung dessen, was er sieht, finden wir dieses Schwert, was aus seinem Mund geht. Vers 16, 1, Vers 16. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war wie die Sonne in ihrer Kraft. Aus seinem Mund ging ein zweischneidiges scharfes Schwert hervor. Schlagen wir mal Hebräer 4, Vers 12 auf. Hebräer 4, Vers 12. Da lesen wir, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Dieses Schwert, das trennt, das schneidet, steht hier, das Wort Gottes schneidet durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Und die Seele und Geist, was hier gemeint ist, ist tatsächlich die Unterscheidung dessen, was in unserem menschlichen Leben Realität ist, in unserem Leben als Kinder Gottes. Paulus spricht davon. Er sagt, ja, wir haben den Heiligen Geist empfangen, aber da gibt es noch etwas, was in uns dem entgegensteht. Und normalerweise nennt Paulus das das Fleisch, die alte menschliche Natur. An bestimmten Stellen wird uns aber auch, wird es manchmal auch genannt seelisch, weil es sozusagen den alten Menschen, unsere alte Seele sozusagen betrifft, nicht die erneuerte, durch den Heiligen Geist geleitete und geprägte Seele. Und so würde ich an dieser Stelle das auch verstehen, das Wort Gottes trennt das, was geistlich ist und das, was seelisch ist. Und das ist das, was auch am Ende im Gericht geschieht. Wenn Jesus, das Wort Gottes, kommt mit diesem zweischneidigen Schwert in seinem Mund, das Trennt. Fleisch und Geist, Seele und Geist. Und ich fand es interessant, hier steht, es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das griechische Wort, was da steht, ist ein Kritikos. Wir sind ja so kritisch und wir werden dazu erzogen, kritisch zu sein, zu unterscheiden, genau hinzuschauen, nicht alles für bare Münze zu nehmen. Und was ist das Kriterium, wonach wir unterscheiden, was sollen wir gebrauchen? Ja, wir sollen unseren Verstand gebrauchen. Wir sollen unsere menschliche Vernunft gebrauchen. in der Schule sollen wir zu mündigen Staatsbürgern erzogen werden, die ihren Verstand kritisch gebrauchen. Das ist gar nicht so sehr verschieden von dem, was Gott uns lehrt, wie wir vor zwei Wochen gesehen haben. Wir sind dazu aufgerufen zu prüfen, kritisch zu unterscheiden. Aber das, was uns Gott hier vor Augen führt, ist, das Kriterium ist nicht einfach eine irgendwie geartete menschliche Vernunft, sondern das Kriterium ist das Wort Gottes. Das, was schneidet, ist das Wort Gottes. Und es fängt an in mir. Bevor Jesus wiederkommt, als das Schwert, das Schwert Gottes um zu richten, bevor er das tut, ist er schon gekommen und hat schon sein Wort gesprochen. Und wir lesen in Offenbarung, wenn wir zurückgehen, Offenbarung zwei, in eine der sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden, lesen wir in 2 Vers 12, Offenbarung 2 Vers 12, und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, dies sagt der, der das zweischneidige scharfe Schwert hat. Hier geht Jesus immer wieder in diesen Sendschreiben, geht er auf bestimmte Merkmale seiner Erscheinung ein, weil sie einen Bezug haben zu dem, was er dann der Gemeinde zu sagen hat. Und hier ist es auch so, dieser Gemeinde hat er etwas zu sagen zum Unterscheiden, zum Schneiden, zum Beurteilen und Richten. Und deswegen geht er hier in seiner Erscheinung auf das Schwert ein. Und dann spricht er zu dieser Gemeinde, ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antibas meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein Weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israel zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Ich will gar nicht hier auf alle Einzelheiten eingehen. Wichtig ist zu sehen, was tut das Wort Gottes Jesus in dieser Situation, was sagt er zur Gemeinde? Er lobt sie, er ermutigt sie, aber er zeigt ihnen auch auf, wo Dinge nicht in Ordnung sind. Und dann sagt er in Vers 16 Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald oder schnell und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Jesus ist derjenige, der dieses Schwert im Munde führt und es ist dieses Wort, was er zur Gemeinde spricht, was wie ein Schwert wirkt. So spricht Gott auch in mein Leben oder in dein Leben immer wieder hinein in das Leben der Gemeinde und schneidet hinein und trennt was Geist und was Fleisch ist. Aber er sagt, die Konsequenz für den Gläubigen ist, darauf zu reagieren und sich tatsächlich es zuzulassen, dass das weggeschnitten wird, was Fleisch ist. Es war ganz wesentlich für mich, als ich eine Steißbeinfistel hatte, dass ich zum Chirurgen gegangen bin und zugelassen habe, dass er weggeschnitten hat, was faulig war, was Unheil gebracht hat, was entzündet war, den Entzündungsherd herauszuschneiden. Das war ganz wichtig für mich. Es waren Situationen, wenn die Entzündung mal wieder ganz akut war und daran hatte ich dann wirklich gemerkt, da ist wirklich was Zentrales nicht in Ordnung, dass mein ganzer Körper hat reagiert. Ich habe richtig schlimm Fieber gekriegt, fix und alle, der ganze Körper, nur weil da unten irgendwie so ein kleiner Entzündungsherd ist, der verrückt spielt. Es musste rausgeschnitten werden. Und in dem Moment, wo ich das zugelassen habe und mich getrennt habe von diesem Fleisch, konnte Heilung einsetzen und durch die Gnade Gottes durfte ich jetzt 20 Jahre froh und frei ohne diesen Mist leben. Und das ist es, Geschwister, Jesus ist voller Güte und Gnade und Barmherzigkeit und wirkt mit seinem Schmerz jetzt schon hinein in unser Leben, wie Hebräer sagt. Und unsere Sache ist, wie gehe ich jetzt damit um? Lasse ich das zu, dass Jesus das weg schneidet, was Fleisch ist, was seelisch ist, was unter dem Gericht Gottes steht, was am Ende und das ist es, was letztendlich teuflisch ist, weil es der Gesinnung Satans entspricht, weil es das ist in meiner Natur, was der Teufel bewirkt und ausgelöst hat in mir, meine sündhafte Natur, mein rebellisches Wesen, es ist das, wo der Satan es geschafft hat, Adam und Eva auf seine Seite zu ziehen, im Misstrauen gegen Gott, in Rebellion gegen Gott und das ist das, was in meinem alten Fleisch, in meinem alten Wesen immer noch da ist und das will Jesus wegschneiden, weil das steht unter dem Urteil Gottes, das ist Teil dieses Vernichtung bringenden Systems dieser Welt. Ich zeige euch, möchte euch zeigen, irgendwie Gott hat mich an etwas erinnert, ich habe das nochmal gelesen, dieses Wort Schwert, außer in der Offenbarung, wo das zweischneidige Schwert aus Jesus Mund kommt, dieses Langschwert, dieses Wort taucht nur ein einziges Mal noch im Neuen Testament auf und zwar an einer ganz interessanten Stelle, Lukas 2 Vers 35 und zwar sagt, spricht ein Mann inspiriert durch den Heiligen Geist über Jesus Vers 34 und Simeon segnete sie und zwar im Tempel ist das, als Maria und Josef zusammen mit dem kleinen Jesus auf den Arm in den Tempel gegangen sind, um ihn dem Herrn zu weihen als Erstgeborenen und um die Opfer darzubringen, die vorgeschrieben waren. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Interessante Prophezeiung, die Simeon hier ausspricht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, oft wird diese Stelle wahrscheinlich beeinflusst durch den Katholizismus, keine Ahnung, man denkt oft so, die Seele der Maria wird von einem Schwert durchdrucken, da denken wir, ja, als Jesus dann am Kreuz gestorben ist, dann war das wie so ein Schwert, was durch ihre Seele ging und die Trauer um den Verlust ihres Sohnes. Aber das ist hier, glaube ich, gar nicht gemeint, weil es geht um etwas ganz anderes, es geht nämlich um Jesus, ihren Sohn, den Sohn Gottes, der gesetzt ist zum Fall und Aufstehen vieler in Israel. Das Wort Gottes, was hineinspricht und schneidet, hineinschneidet in unser Leben und wo du vor der Entscheidung stehst, lasse ich das zu oder kämpfe ich dagegen an? und in dem Moment, wo mein Hochmut fällt, da ist der Herr, denen nahe die zerbrochenen Herzens ist und hebt sie auf. Und dann sagt Simon, ja, du wirst es selbst erleben, Maria, du wirst es selbst erleben. damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden, ja, was macht Gott in seiner Gnade, wenn wir ihn denn, wenn wir das zulassen, dann ist es heilsam. Wisst ihr, ich habe lange mit diesem Zeugs gelebt und habe das verdrängt und habe versucht, da irgendwie mit klar zu kommen, aber als es offenbar wurde, was es ist, dann konnte da auch vorgegangen werden. die Überlegungen aus den Herzen sollen offenbar werden. Herr, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und wenn ich auf falschem Wege bin, dann leite mich auf dem ewigen Wege und das musste Maria auch, sie sollte das auch erleben, wie das Schwert an ihr Herz angelegt wurde und ein Beispiel dafür ist hier Markus 3. da steht in Vers 20 Markus 3 Vers 20 dass Jesus erwachsen ist in seinem Dienst Gott hat ihn gesalbt mit dem Heiligen Geist als der Christus ist er unterwegs zu lehren und zu heilen und Dämonen auszutreiben und er kommt in ein Haus steht hier in Markus 3 Vers 20 und wieder kommt die Volksmenge zusammen sodass sie nicht einmal Brot essen konnten und als seine Angehörigen es hörten gingen sie los um ihn zu greifen denn sie sagten er ist von Sinnen wer sind die Angehörigen wir lesen es in Vers 31 und es kommen seine Mutter und seine Brüder und sie standen draußen sandten zu ihm und riefen ihn der Junge der muss was essen das geht doch nicht der ist wahnsinnig geworden wir müssen ihn da rausholen wir müssen ihn zur Besinnung bringen was macht das offenbar ja das Mutterherz die ist doch so lieb die Mama dass sie sich um ihren Jesus kümmert ist doch gut natürlich ist das gut wenn wir Acht haben aufeinander und wenn wir als Väter und Mütter auf unsere Kinder auch auf unsere erwachsenen Kinder ein Auge haben aber guck mal wie Jesus darauf reagiert dieses gut gemeinte es ist wirklich gut gemeint bestimmt Vers 32 und eine Volksmenge saß um ihn her sie sagten aber zu ihm siehe deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen suchen dich und er antwortete ihnen und spricht wer sind meine Mutter und meine Brüder und er blickt umher auf die um ihn im Kreis sitzen und spricht siehe meine Mutter und Brüder wer den Willen Gottes tut der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter ist uns das klar wie heftig das ist das haut rein wie ein Schwert da kann die Seele eines Vaters einer Mutter zutiefst verletzt sein Jesus hat seine Eltern geehrt als er ein junger erwachsener Mann war war er Zimmermann er hat gearbeitet warum weil so viel wir so aus den Evangelien erschließen können das ist nicht so ein bisschen nicht ganz klar aber es ist eigentlich schon so deutlich dass sein Vater sein Ziehvater Josef anscheinend schon etwas früher gestorben ist und er als der älteste Sohn er ist nicht in die Rabbinerschule gegangen er ist Zimmermann geworden wie sein Vater und hat die Familie versorgt und auch am Ende als er am Kreuz hing sehen wir seine Fürsorge für seine Mutter Johannes das ist jetzt deine Mutter kümmere dich um sie als ob sie deine eigene Mutter wäre Mutter das ist jetzt dein Sohn Jesus hat seine Mutter geliebt und hat sie geehrt und geachtet aber in dieser Situation kam das Wort Gottes aus seinem Mund und ging wie ein Schwert durch ihre Seele die sind meine Mutter meine Brüder meine Schwestern die den Willen Gottes tun nicht die natürliche Bindung ist es die uns verbindet sondern das Reich Gottes das ist etwas Neues die Familie Gottes wir gehören zusammen weil wir Kinder des Vaters im Himmel sind das zeichnet uns das verbindet uns da steckt unsere gegenseitige Bindung drin dass wir den Heiligen Geist empfangen haben und jetzt nicht mehr der Sünde folgen sondern Gottes Willen suchen und ihm nach folgen das macht uns eins das macht uns zur Familie Gottes das andere das sind diese menschlichen Beziehungen in dieser Welt das ist das was durch die Sünde korrumpiert ist das ist das die gereinigte Beziehung und wisst ihr was Maria ist da hingekommen sie hat sich dem gefügt sie hat es zugelassen dass dieses dieser Schnitt vorgenommen wurde in ihr und wir finden sie am Ende unterm Kreuz wir finden sie am Ende bei den Jüngern Apostelgeschichte 1 sie ist dabei sie ist eine von den Brüdern und Schwestern ja Mutter in einem richtigen wahren geistlichen Sinne meine Kinder sollen mich doch respektieren und achten sie sollen mir doch folgen ja wenn du es zulässt dass das Schwert Gottes in deinem Herzen hineinschneidet und das wegschneidet was fleischlich ist dann kannst darfst sollst du als Vater und Mutter in Christus in deiner eigenen Familie und in der Gemeinde deinen Dienst tun aber nicht aus dem Fleisch heraus da schneidet Jesus hinein sagt nee nee da soll ein fleischlicher Vater eine fleischliche Mutter seinem Kind nicht sagen das sollst du nicht machen das sollst du nicht tun und in Wirklichkeit ist es das was der Herr will was ein Kind tun soll was ein junger Mann eine junge Frau tun soll nämlich Gott zu folgen seinen Willen zu tun das Schwert soll hineinschneiden und dann wird es weggeschnitten wenn wir das aber nicht zulassen was passiert dann dann bleibt das faulende Fleisch an uns haften und befällt den ganzen Körper und damit unsere ganze Seele und dann wird es so sein dass wir Teil derer sind die eben nicht zur geistlichen Familie Gottes gehören sondern die sich eins machen mit dem Widersacher und da kommt dann das Schwert am Ende der Tage zum Tragen da greift es dann ein an jenem Tag das große starke Schwert was heimsucht den Drachen die alte Schlange und alle die an seiner mit ihm stehen lasst uns das nochmal lesen Offenbarung 19 da sehen wir nämlich Offenbarung 19 den der das scharfe Schwert hat und die Nationen schlägt die sich versammelt haben gegen Gott Vers 16 und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben König der Könige Herr der Herren da wird es Realität da wird es sichtbar für alle Welt das kommt und Vers 19 und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Truppen versammelt ja wir lesen auch in der Offenbarung von dem Tier was aus dem Meer kommt den Antichristen und ihre Truppen versammelt um mit dem der auf dem Pferd saß und mit seinen Truppen Krieg zu führen und es wurde ergriffen das Tier und der falsche Prophet der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat durch die er die verführte die das Mahlzeichen des Tieres annahm und sein Bild anbeteten wisst ihr das ist die Konsequenz wenn wir nicht zulassen dass das Schwert Gottes in unserem Leben hineinschneidet und das wegschneidet was fleischlich ist wisst ihr da werden wir am Ende das klingt hart aber am Ende ist es so werden wir zu Teufelsanbetern wir geben dem Widersacher Recht wenn wir das nicht zulassen dass Gott mit seinem Schwert mit dem er heilt mit dem er Heilung und Rettung bringt mit dem er uns befreien möchte mit dem er uns reinigen möchte mit dem er ja wisst ihr ich weiß es nicht was passiert aber weißt du wenn du bestimmte Dinge nicht hinausschneidest wenn du einen Krebs nicht herausschneidest dann wirst du von diesem Krebs aufgefressen am Ende und es ist Rettung es ist Heil dass Gott sein Schwert hineinsendet in unser Leben und lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen der mit Schwefel brennt und die übrigen wurden getötet mit dem Schwert das aus dem Mund dessen hervorging der auf dem Pferd saß wisst ihr das Wort tötet sie am Ende warum weil sie sich nicht haben trennen lassen weil sie nicht es zugelassen haben dass in ihnen diese Trennung vorgenommen wurde durch das Schwert durch das Wort Gottes wenn wir dann weiter sehen in Kapitel 20 dann steht in Vers 1 bis 3 und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabkommen der den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette in seiner Hand hatte und ergriff den Drachen die alte Schlange die der Teufel und der Satan ist und er band ihn tausend Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss zu und versiegelte über ihm damit er nicht mehr die Nationen verführte bis die tausend Jahre vollendet sind nach diesem muss er für kurze Zeit losgelassen werden das ist die Zeit des tausendjährigen Reiches mit Christus als König aber auch mit allen seinen Heiligen die mit ihm regieren werden über diese Erde und dann in Vers 11 nee nicht Vers 11 Entschuldigung Vers 7 und wenn die tausend Jahre vollendet sind wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird hinausgehen die Nationen zu verführen die an den vier Enden der Erde sind den Gorg und den Magog um sie zum Krieg zu versammeln deren Zahl ist wie der Sand des Meeres und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt und Feuer kamen aus dem Himmel herab und verschlangen sie und der Teufel der sie verführte wurde in den Feuer und Schwefelsee geworfen wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit Die Hölle ist für den Teufel Die Hölle ist für den Teufel Die Hölle ist nicht für Menschen gemacht Die Hölle ist für den Teufel Das sagt Jesus auch Matthäus 25 Vers 41 Matthäus 25 Vers 41 sagt Jesus über das Gericht Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen Geht von mir Verfluchte in das ewige Feuer das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln Für wen ist die Hölle? Für den Teufel und seine abgefallenen Engel die Dämonen Für sie ist die Hölle Vergiss die ganzen alten katholischen Bilder wo irgendwelche Dämonen irgendwelche Menschen in der Hölle peinigen Das ist Quatsch Das stimmt nicht Der Teufel und die Dämonen sind in der Hölle Erleben das ewige Feuer Das Gericht Gottes Aber auch jeder der sein Herz an den Teufel und die Dämonen hängt Der sich nicht befreien lässt von der Herrschaft des Teufels und der Dämonen Das ist ganz einfach Jesus der König der Könige ist gekommen der König der Liebe er hat sein eigenes Leben für dich und für mich hingegeben und er befreit uns von dieser Herrschaft Ja Ja er gibt uns die Waffenrüstung in die Hand mit der wir den der viel mächtiger ist als wir überwinden können Werde stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke Epheser 6 Vers 10 Zieh die Waffenrüstung Gottes an Was hast du in der Waffenrüstung Kannst du nachlesen Epheser 6 Ab Vers 10 Lies das nochmal nach Und was ist da Du hast das Schwert in der Hand Das Wort Gottes Womit du zustechen kannst Womit du den Schlichen des Feindes widerstehen kannst Wo du das durchschauen kannst Wo du prüfen kannst Wo du mit dem Schwert schneidest und sagst Ne Diese Gedanken die sind nicht von meinem Herrn Die sind nicht vom Geist Gottes Das schneide ich mal schön weg Denn mein Gott sagt Und so hat Jesus auch den Teufel als Mensch hat er ihn überwunden Einfach mit dem Wort Gottes Er hat gesagt Es steht geschrieben Es steht geschrieben Es steht geschrieben Du und ich wir sind in Gottes Kraft in Gottes Macht jetzt schon siegreich über den Teufel Wir schneiden Und ja wir lassen es zu dass das Schwert in unserer Seele trennt Fleisch und Geist Und durch den Geist Gottes sind wir befähigt zuzustechen zuzuschneiden wo der Satan uns angeht und versucht uns fallen zu stellen Wir überwinden durch seine Macht durch seine Stärke weil er stärker ist weil sein seine Kraft größer ist Und deswegen sagt Jakobus Jakobus 4 Vers 7 Widerstebt dem Teufel und er wird vor euch fliehen Die fliehende Schlange wird uns gesagt Ja sie muss fliehen vor der Macht Gottes Sie muss fliehen vor dem Schwert Sie hat Angst davor Du kannst sie in die Flucht schlagen mit dem Wort Gottes Drei Mal hat der Teufel Jesus angegangen Jedes Mal hat er zugestochen und am Ende steht er wich eine Weile von ihm Und ja er kommt immer wieder an er klopft immer wieder an er versucht immer wieder dich zu verunsichern dich durcheinander zu bringen aber nimm deine Zuflucht in ihm der der Schlange den Kopf zertreten hat Das ist die Verheißung 1. Mose 3 Vers 15 Gott sagt zur Schlange er der Nachkomme der Frau wird dir den Kopf zertreten und was steht in Römer 16 Vers 20 Römer 16 Vers 20 Der Gott des Friedens aber wird in kurzem den Satan unter euren Füßen zertreten weil wir sind der Leib Christi und wenn Jesus der Schlange den Kopf zertritt da sind wir dran beteiligt da sind wir mittendrin wir sind es nicht nein Gott zertritt Christus zertritt aber unter unseren Füßen wir werden den Sieg Gottes über Satan erleben jetzt schon in diesem Leben aber dann in Ewigkeit werden wir das erleben und das wird Freude sein sage ich euch wenn die Schlange endgültig vernichtet ist wenn die Macht des Bösen keinen Raum mehr hat ja dann gibt es so solch furchtbare ungerechte Kriege nicht mehr dann gibt es all diesen Hass und diesen diesen elenden Kampf nicht mehr der Gott des Friedens ist er der Gott des Friedens mach Frieden mit Gott wenn du mit Gott Frieden hast und Paulus sagt Römer 5 Vers 1 jetzt haben wir Frieden durch Gott gerecht gemacht durch Christus haben wir Frieden mit Gott wenn du mit Gott Frieden hast hat der Satan keine Macht mehr in deinem Leben du kannst ihn überwinden und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch Amen